Musik 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 Wollen wir mal gucken, ob die Ori da ist Willkommen in der Club der Beschwörer 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Basalle Musik 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 Hahaha, ja, ist so, ey. Da hab ich die Nase voll von. Da lacht sie. Hast du dir aufgefallen in einem Yasu-Video? Am Ende der Pentakill, da killt der Yasu auch einen Riesen-Chugger. Hm, deswegen. Deswegen hab ich den auch extra genommen. War den quasi die Rache. So viel Farben. Ah, Obrecht ist da. Hm? Ja, ist aber die ganze Zeit da. Schönen Dank übrigens an den Toplaner, dass man meinen Red Buff gewordert hat. Ähm. Ja, erkennt man immer wieder den wahren Profi. Naja gut, okay, dafür ist in Ordnung. Haha. Ich mach auch nix, wenn ich auf der Midlane bin, also. Einfach etwas reden. Okay, Ori hat auch geflasht. Sieht alles gut aus. Ich hab's einfach komplett aus dem Leben gewohnt, schreien bestimmt alle. Akali, voll OP, ey. Was soll die Scheiße? Nee, ist denn nicht. Akali ist auch ein bisschen broken. Ja, ist er. Aber ich weiß es nicht. Ich erlebe sie jetzt erst zum zweiten Mal, die neue. Hat aber auch eine Akali Maram gegen uns. Und die war komplett scheiße. Sie hat nichts gebacken gekriegt. Ja, der Kragas. Erst den Midländer kaputt gemacht und dann den Jungler. Lauf bei ihm. Aber wirklich nacheinander einzeln. Ja, war schön. Ich hatte letztens auch einen Kragas mitlein, der hat auch alles zerstört. War richtig geil. Freut man sich auch mal, wenn's Champs sind, die nicht so hundertprozentig Meter sind, soweit ich weiß jedenfalls. Und dann trotzdem mal so richtig rasieren. Das mag ich voll gern. Glaube ich, dass Garen Meter ist. Garen? Wie kommst du jetzt auf Garen? Weil man den eigentlich sonst nicht spielt und jetzt ist auf einmal irgendwie Meter. Doch, Garen ist aber schon länger Meter. Mag Garen nicht. Seinen Point-and-Click-Silence finde ich nicht so nice. Naja, nice findet ihn keiner. Aber er ist schon ein extrem starker Champ. Kannst du halt wenig gegen machen. Die hat gar keine Ahnung, was ich tue. Das glaub ich auch nicht. Das ist egal, solange es funktioniert. Au, 3-0 Kragas. Ja, 2-0 Top, 3-0 mit. Ich kann junglen, wie ich will. Alles cool. So kann's weitergehen. Gefällt mir. Das gefällt mir weniger. Ops. Das auch. Gott. Hehe. Weiß. Ich hab mir vielleicht Doots-Kammer. Hä? Was willst du reporten? DDoS. DDoS? Was ist denn DDoS? Du kannst damit dein Internet vom Lamm legen. So ein Hack. Ach so. Oh, so einen Scheiß gab's in Warcraft 3. Das haben so viele dann benutzt. Also es war irgendwie... Das war ganz... Aber war was anderes da. Hat der Gegner so schnell seine Gebäude gebaut, durch so einen Cheat. Dadurch bist du aus dem Spiel rausgeflogen. Weil dein Rechner das irgendwie nicht verkraftet hat. Und bei Warcraft 3 kannst du nicht reconnecten oder so. Wenn du draußen bist, bist du raus. Ist los. Ah. Wollte ich mir auch mal gönnen. Mensch. Wollte ich gar essen. Hm, Bier. Dive die nicht gerade? Ist das ernst? Er lässt mir auch keinen. Ich gehe zu Hause. Die 0,2 Poppy darf ich nicht. Danke dafür. Amagata... Weißt du? Hältet. Cool. Ich glaube... Derjenige schreibt nichts. Der haut gerade mit dem Kopf volle Granate auf der Tischkante. Ja, das ist doch so. Das rastet bestimmt gerade voll aus. Finde ich gut. Das ist halt aber nur so ein bisschen. Echt? Ah Gott, das ist... Ach. Graves ist botzeit. Mehr 0. Mhm. Ach, Graves kann holen. Hehe. Das ist nicht von Gott. Bei uns, wcu- keine Ahnung. Jo, wir kommen gleich. wo gehen die denn alle hin und ich hab keine Welt nur ein Grund halt durch du dicker Brocken 9 er hat nicht durchgehalten ha 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 ich hab gleich ne Q jetzt, jetzt, jetzt ah komm, komm, komm ah oh nein oh, 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 Doppelnein ah, ich hab Ultready oh, war das ärgerlich aber voll geil die Kayser oder wer auch immer das war hätte fast noch die Ori gekillt durch das Wegnocken da oh, Graves Padilla also top ich komm mal auch nein, du hast die falsche Richtung was ein Fail ich spiel's jetzt zum zweiten Mal, okay wo machst du denn sowas der Gangster hat mir meinen Red geklaut er fragte dich auch noch oh, oh, Tower Agro oh nein jetzt kriegt der Graves die nicht mehr vier Kids Graves Star ist gefeaded Okay. 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 die papier aber langsam auch ein bisschen mehr rein ich bin einfach so dumm ich will mich an die Wand an die Wand stellen ein wahrer Meister ist ein ewiger Schiff ein läuft nicht so gut ja ich bin Tauber gedasht nur kurz deschen kann aber der zweite dash ist immer fast die nächste Q gehabt hundertstelle Sekunde so eine Aktion in 1,2 Level und eine Mine Triple Problem ist halt die Copy Stacked 100% mehr wenn sie immer noch falten aber ich will lange musst du dann vielleicht mal mit dem Gorgas tauschen da ist ja auch AP ja ist ja egal aber die kriegen sich dann gegenseitig nicht tot weißt du was ich mein oder ich kümmere mich gleich mal drum wenn der nicht die ganze Zeit pusht macht halt nix ja ich sehs macht einmal im Ehe scheiß auf und dann wartet sie dann zwingen sie dazu outfarmen sie dann muss er kommen Graves schon in der Mitte fuck Graves könnte botlane kommen ja ich würde überleben was man dann ist keine Ahnung ich würde überleben was man dann ist keine Ahnung wahrscheinlich ich glaube du könntest gleich kommen Ami Mitte Mitte 2 ich komme top das sieht gut aus ah die wird mich eh sonst oh alloy keine Chance scheiße man aber ich nehm Piss mal nicht gesehen ja du ich jetzt gleich oh ja sonst zu dritt da genau weg vom Tower genau richtig gemacht aber ja ich hätte gedacht er hinrücken müssen jetzt dass Poppy Predator mit hat scheiß Graves da ist fett wie scheiße Graves ja Graves vielleicht nicht alleine gewinnen weil keiner irgendwie nach vorne bringen ja und Graves ist auch noch ein Hardcounter von mir da macht mich mit zwei Schüssen im Moment ja ich glaube er macht jeden mit zwei Schüssen ja 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 ich habe ja 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 Die machen wir uns echt fertig Ah, wir haben mal Wir sollen mit einer Spell weniger auf Potlern, weil er die Pied nehmen muss Ach, Scheiße Schwer, diese E zu hin Oh, ich bin so toxisch Also, warum vor den ganzen Zeitraum zu flämen, alle zwei Sekunden? Entschuldigung Ich werde mich besser im nächstes Jahr Ja, wow Ah, er ist schon wieder hier Er hat bei mir im Jungle gewordert, geht jetzt Mitte Popping mittlerweile auch Blutrausch Kommt Freude auf, ne? Er hat mich einmal solo gekillt, glaube ich Oh, weil wir uns gegenseitig gekillt haben Hinter dir kommt ein Mero Oh, ich bin so Ich seh nix, haha. Da bin ich. Da bin ich. Zorn führt zu nichts. What? Ey, komm ich da echt nicht ran? Doch. Die Kragas und ich haben gerade einfach drei Punkte ausgenommen. Man, der lässt sich aber die ganze Zeit machen, ey. Ja. Man soll das die Männer machen lassen. Und die Supportfrau. Nee. Die wollen wir jetzt mal nicht unterschlagen. Oh, ich hab die Gegner frische Botnay umgebracht mit dem Kragas. Nice, nice. Oh, der hat hier gerade die Pflanze gemacht. Irgendwer. Graves nicht, da ist Mitte. Na mir was. Ja. Oh, da geht was. Da geht was. Ja. 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 Hat wird hier weggestockert. Ja. 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 Naja, war sowieso ein inoffizieller Penta. Wieso? Na, vier waren's. Oder? Ne, drei hab ich. Ach, du hast meinen Penta kaputt gemacht. Deswegen hat die Ult nicht gereicht von der Zeit. Ja. Das war's. Report. Report. AFK. Ne, lass mal. Ich hab doch gesagt, da geht was. Das hab ich gesehen mit meinem Auge. Verdammt. Was machst du denn da? Die war ja schon alle wieder da. Hoppla. Und mich nennt er Greedy. Man nennt's Int. Ja, ein bisschen. Ich hab dich Greedy genannt nicht, ja. Ach so. Würde ich dann nicht mal sagen, Greedy. Also wirklich. Sehr schön. Ich glaub, jetzt muss ich mir aber mal ein Sterax oder sowas holen. Oder Panzer des Totenmannes. Was nehmen wir? Der Axe. Ich glaub's auch, ne? Schon scheiße, wenn man auf dem Land wohnt. Da regnet's einmal, man ist so glücklich und dann riecht's da scheiße. Weil der Bauer Fett, äh, Kuhscheiß aufs Feld gemacht hat. Danke dafür. Ich zeige dir den Weg. Der Drex ist sowieso weg. Oh, das mergert mich. Ich brauche noch das Blade. Oh, oh. Komm, die muss jetzt alle haben. Oh, nein. Ah, die scheiß Bubble hat mich noch getroffen, ey. Sowas Blödes. Fick, das ist ziemlich useless irgendwie. Irgendwann. Der Laser hätte fast gereicht. Alter, Graves, der geht auch richtig squishy-Mode. Den Fokus richtig voll. Nami haltet ihn halt die ganze Zeit. Das ist so nervig. Und die CZ-T mich durchgängig. Ja, mich eben auch noch. Oh, diese Bubble. Der hat mich jetzt noch. Es hat mich geultet und Bubble auf mich getroffen. Ja, mich hat's doch noch gebabbelt, während ich sie getötet hab. Dadurch konnte ich meine W zu spät ziehen. Ich hab 100 HP runtergeburstet. Dann hat's mich gebabbelt. Hätt's gekonnt, aber er ist nicht da. Lass dich nicht von Stolz denken. Fank Salva, jemand un-out-damage. Muss ich schon mal umdrehen, oder kann ich nur eine Wave? Okay, ich komme. Durchhalten, ihr Lieben. Oh mein... Was? Mach dich für ein... Was? Was macht der Graves-Synch-Shade? Na, der 2-Shot-Tipps haben alle. Guck mal, Leben. Das war ein Out-Tick. Ja. Aber du musst schnell wiederkommen. Ich bin auf dem Weg, aber... So will ich umgehen, Fall. Hm. Damit. Ich kann doch so nicht rein. Toll. Hast du das gesehen, dass er übel gut ist? Du Graves erst mal versucht, wegzulocken. Äh. Gut, ist mir wohl nicht ganz gelungen. Ja. Ja. Sucht aber. Ja, was hinten hier noch fighten? Das ist noch nicht verloren. Andern sind gleich wieder da. Ja, ja. Ne, hab das weg. Ich brauche einen guten Engage. Was fehlen denn? Ich glaube, die machen keinen Barrel. Und ich hab noch... Ich kann mir gar nichts gegen tun. Das ist sinnlos. Der hat den fighten. Er hat den. mal ne Chance. Und der hat Graves auch noch laufen. Na, richtig gute Chance. Ich darf vor Graves nicht weglaufen. Ich muss ihn fighten. Geht nicht anders. Das ist Blödsinn. Weglaufen. Jetzt carriert er gerade so ein bisschen. Ja. Oh, und jetzt ist er dort. Er hat sie geflasht. Oh, ich lebe gleich wieder. Da will ich hin. Da will ich hin. Ah, Mist. Da will ich immer noch hin. Schneller, schneller, schneller. Hopp, ihr hattet keine Ulti. So, sobald ich mich wieder bewegen kann, geht scharf. Nee, Mädel. Diesmal nicht. Hast du gesehen, wie schon ich der Ult ausgewichen bin? Äh, der Bubble. Ich bin da beschäftigt mit uns. Das ist der größte Geek. Ach, Alexa hatte DC, Leute. Oh, wir müssen Base. Digga. Ach, der Alexa hat das. Der Steffen. Ja, ja. Der hat das schon DC. Ich hab nichts sagen können, weil jeder das Fischen redet, ne? Scheiße. Oh, nein. Ja. GG. Ich hab nicht gesehen, dass da fünf Super Minions rumstehen. Äh, Super Minions. Ich hab nicht gesehen, dass Alexa dies hier hat. Ja, das hab ich auch nicht gesehen. Wollt ihr mich mal reden lassen, hättet ihr es gewusst. Schrei uns doch mal an. Ja, genau. Ich schreien, ne? Ist klar. Wir haben doch keine Base. Wir haben den Barry. Wir waren auf jeden Fall Graves. Also, ich muss hinter dem Gragas bleiben. Dann geht was. Ja! Was ist davon, Junge? Da ist der Yi. Ja, 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 ja. Nice. Und irgendwer hat hier immer noch Baron. Richtig geil. Ah! Ich hab noch 13 Sekunden bis Ult. Ich würde ungerne jetzt fighten. Ja. Mist, ey. Natürlich schon, wenn wir es jetzt beenden hätten können. Base, glaub ich, und Death-Torplane. Boah, ich lässt gar nichts weg. Ja, pass auf. Ja. Boah, knapp. Boah, das will ich hier bleiben, oder was? Nein, gehen, gehen muss doch bitte. Ah, Mist, ey. Wann das für ein Hin- und Hergeballer da? Ja, ja. Ja, Alexa ist doch super auf der Top-Lang. Ja, Alexa ist doch super auf der Top-Lang. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht noch mehr sterben. Jetzt haben wir gerade so einen schönen Vorsprung hier. Oh, ja. Das war GG. Der ist weg. Oh, aber er hat Graves gekriegt. Lol. Er hat keine Lane mehr gehabt. Ja, ja. Aber da war trotzdem wichtig, dass er den getroffen hat. Alexa, kannst weiter pushen. Das ist sehr geil. Ich habe eine Lane. Kann keiner bei dir sein. Jetzt ist Nami wieder da, aber die kann dir ja nichts tun. Copy. Big Base. Gott, ich musste alles usen für die Nami. Ich dachte, ich bin toxisch. Alexa macht hier die Ohren nass. Na, jetzt sind ziemlich viele da. Pass auf da unten. Oder Mitte. Wo auch immer. Oh, shit. Oh. Ah, Mist. Ich sterbe. LOL. Was ist das denn? Eine Kesa mit Sonjas? AP Kesa. So ein Scheiß. Oh, scheiß. Ich bin dort. S. Nochmal. AP Kesa mit Rageblade. Die hat auch für mich geflasht, Kaiser. Ja, aber dass die jetzt Sonjas hat, ey, das hat mich jetzt unten gehauen. Ja, das macht man schon überraschend. Weil dieser komische ADC-Meter macht. Achso. Oh, okay. Scheiß Zeitpunkt. I run in 37 Sekunden. Genauso wie AP drunter mehr. Macht man jetzt auch. Ja, ja. Da hab ich Puffy das erstmal voll ausgelacht, wo er das gespielt hat. Und er hat damit auch voll reingeschissen. Und dann hab ich geguckt. Oh, ist er voll Meter. Komisch. Ich glaub, die Nami hat gerade geültet. So. Ist ein spannendes Spiel. Ja. Aber, ne, jetzt hat sie geültet. Aber das war's, denke ich. Ah, ich muss ja fighten. Nein! Hol sie dir. Ja! Ja, ja, ja! Ja. Boah. So viel Gold für die Geister gekriegt. Haben wir's zu zweit gerade noch geschafft, ey. Oh, Botlane, super viel Farm. Jetzt komplett voll Bild. Ja, war ich, war ich vor dem Fight auch schon. Ich nicht, ne? Sag mal, eben 300 AP mehr oder so. Blubuff ist so krass auf der Kali. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh, Uri. Hier, hier. Ja, okay, das war's. Scheiße. Nee, ne? Kragas! Hier, der ist AFK. Alter! Los! Boah! Ey, der hat voll gepennt, der Kragas. Der war AFK. Ich gehe, ich gehe an, Drache. Ich gehe, man muss hierbleiben. Ja, ja, komm du auch mit. Bleib gleich. Ich hab den super schnell gleich. Ich glaub, die sind beim Baron, ne? Okay, zurück, zurück. Erstmal. Ja, aber nicht sterben, da. Dann ist es nichts wert. Nächste Fight entscheidet. Der Grave steht da im Busch, ne? Siehst du? Ja. Okay, jetzt machen sie. Ah, zu dritt können wir nicht. Müssen trotzdem, weil sonst was sowieso geben. Zurück, zurück, zurück. Nee, wir haben einen Ahnendrachen. Warum sollte das Game gewesen sein? Weil sie einfach, wir müssen uns nicht fighten. Wir können einfach mit dem Super-Mingel dahin gehen. Ja, wir müssen davor fighten. Ja. Ja, ja, aber nicht mit 3 gegen 5, weißt du? Dann wird die Midlane Wave zurückhalten. Genau. Okay, alle Mitte. Müssen jetzt fighten. Können auch nicht mehr Base einkaufen oder so. Dürfen sie nicht durchkommen lassen. Alle nochmal tief Luft holen. Und ich glaub, na. Ich hätte Graagas-Ult da rein und hier irgendwen herballern. Das wär nice. Jawohl, die war super nice. Aber ich komm nicht ran. Ah, die war super. Kayser ist nicht dabei. Kayser-Bot. Ich hab Graagas. Jawohl, voll durch. Aber du hast Graves, nicht Graagas. Äh, ich mein Graves hab ich. Einfach durch. Ich zeige dir den Weg. Geht eh mal durch. Ich glaube nicht, dass Kayser-Backdown geht. Das ist zu riskant. Da ist bei die Poppy. Achso, ja. Poppy macht sogar. Da ist er. Ja. Wir müssen jetzt finishen. Ja, muss mir hier aber behelfen. Ich bin da, aber... Zwei hab ich geholt. Keine Energie. Es lebt aber keiner mehr von denen. Du bist alleine. Ja. Ich versuch's ja. Mach es! Gib alles! Ich hab da unten nen Double nicht umsonst gemacht. Ja, dann. Scheiß, das reicht nicht. Nee, hau ab. Danke, Mann. Scheiß, was mach ich denn jetzt? Blubuff. Mit Blubuff... Hätte ich das jetzt grad gewonnen, hätt ich Blubuff gemacht. Ich verkaufe mein... Ich verkaufe mein... Ich verkaufe mein... Verkaufe ich meinen Essenz-Räuber und hole mir einen Schutzengel? Nee, bringt auch nichts, ne? Nee, der Bild ist eigentlich schon... Ich verkaufe Sterex und hole mir einen Schutzengel. So, machen wir's. Oh, nicht sterben da, ihr Süßen. Jeder einzelne Tod könnte das Ende bedeuten. Hoho, Kragi. Oh, was? Hätte einfach grad'n Ult auf mich drauf gehauen. Das ist sowieso. Die sind höchstens zu dritt, bitte. Also, wir sollten fighten, wenn wir die Möglichkeit irgendwie haben. Gut, dass die müssen erst In-App machen. Hm. Weck dann. Ich hab Uri Space. Warte mal, warte mal. Ich brauch jetzt volle Konzentration. Okay. Ah, Mist. Ist einfach zu schnell in Mitte. Oh, das sieht gut aus. Ja, ja, trotzdem, rein da. Ah, es kommt kein Follow-up. Nein! Okay, ich hab Schutzengel. Weiter, weiter, weiter. Ich hab's gewonnen schon. Egal, alles gut, haben wir gewonnen. Nein! Hey, das KS-Report, äh. Hey, ruhig. Hahaha. EG. Ich schreib noch nichts. Ich will das hier erst. So. Beste Entscheidung meines Lebens, Schutzengel zu holen, wa? Hm, 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 hm. Chaka-boom! Ja, ihr Lieben, übelst spannende Spiele. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ram. Ja, ihr Lieben, übelst spannende Spiele. Ja, ihr Lieben, übelst spannende Spiele. Ja, ihr Lieben, übelst spannende Spiele. Ja, ihr Lieben, übelst spannende Spiele.